Ein Ele-Voltec, deswegen brauchen wir da kein Sinustein mehr, was wir auch vom Nägelmon bekommen haben. Sehr coole Sache und das Höchste, was wir hier jetzt noch auf der Hand haben, machen wir natürlich zum Elec-Tec. Und Elec-Tec sieht auf jeden Fall sehr speziell aus, da das ja auch so eine orange Farbe hat, so ein oranges, auffälliges Fell. Mein erstes Ele-Kit damals habe ich glaube ich sogar vom Spooky-Swaghetti bekommen. Hier, das sieht doch heftig aus, oder? Guckt euch das an. Ihr könnt ja auch nochmal schauen, Spooky-Swaghetti, das ist sogar das. Nein! Jetzt hat das Handy gehangen. Warum? Ich wollte nur da unten, wollte euch zeigen, dass das vom Spooky-Swaghetti ist. Jetzt hat das Handy gehangen, jetzt hat es das entwickelt, jetzt hat es meinen letzten Sinustein rausgehauen. Jetzt habe ich keinen Elec-Tec mehr. Warum? Gut, ihr habt ja gesehen, kurz wie es aussieht, auf jeden Fall. Hier nochmal das normale Elec-Kit, das kann jetzt nicht mehr passieren. Wir haben nämlich jetzt keinen Sinustein mehr. Ich könnte auch... Es kotzt mich an, auf jeden Fall. Es kotzt mich an, auf jeden Fall. Okay. Vielen Dank.